Wir befinden uns hier auf dem AStA Campus Festival in Saarbrücken. Es füllt sich langsam und dann schauen wir mal, was jetzt hier abgibt. Ich glaube, es ist ein ganz geiler Abend. Jeder Seite ist auch viel geiler auf und es kommt jetzt in die Mitte. Das ist der Headliner Karate, Anni fällt auf. Und jetzt kompensieren wir seine Scheu, indem wir heute 90 statt 60 Minuten spielen. Ja, also Ansage an Karate angeht, ich hoffe, wir kriegen auch die Elf von deiner Gabel, bitte. Ja, der Schulze macht das, der macht das. 100 Minuten, 100 Minuten stand für heute. Nein, 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 nein. Fuck, fuck, fuck! Wir sind jung, wir sind zählt, wir sind frei, der Tank ist niemals leer. Nein, 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 nein. Das ist mein Ding, das kann man Tornado machen, Alter. Bein, nein, 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 nein. Mehr, rein, Tornado, doppelte Schwimmigkeit. Ja, klar, effizient, effizient. Ein Schluck für Milch. Ein für die Rimme. Dann kannst du hier schon mal die nächste Schluck, den ich wieder nehmen. Ja. Der ist wieder für die Rimme. Endlich, ich freue mich, dass wir hier wieder zusammengekommen sind, meine absolut guten Feuerwehrmänner. Lass uns das Ding kaputt machen, ordentlich Action machen. Ich freue mich, dass wir hier beisammen sind und heute wieder schön befreien. Prost, Kamerad. Prost, Prost, Kamerad. Wir wollen eine Ehre. Prost, Prost, Prost. Let's go. Alle. 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 Sag mal ehrlich, sag mal, wenn wir heute gute Schaumkatone haben. Also wirklich alle, ich sag mal so, alle haben heute wirklich gut abgeliefert, so. Und was du gemacht hast, war halt große Scheiße, sag ich dir ehrlich. Zeig mal mit dem Finger, wie viel Schaum da kam. Zehn ist ganz viel, stimmt. Da ist noch eine Schaumkanone, die haben da so eine Schaumparty da hinten. Da kannst du einfach mal gucken, wie man das richtig macht. Die ist zwar sehr klein, die Schaumkanone. Aber da kommt Schaum. Zum Glück waren wir nicht Headliner, Alter. Zum Glück haben wir nicht von 50 Minuten auf 90 Minuten hochgemacht, Alter, weißt du? Zum Glück kamen gar nicht zehn Fans zu mir und haben gesagt, waaah, Alter. Ey, war mega nice, aber ich hätte ein bisschen mehr Schaumkanone ballern können, Alter. So am Anfang und dann nicht mehr, so weißt du? Anficken und dann einfach nicht mehr, weißt du, nicht kommen. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ich kann mich dazu sagen, in Deutschland funktioniert aber auch Cringe Shit. 257 aus. Cringe Shit. Ist einfach nicht gut. Cringe Shit. 257 aus. Cringe Shit. Ist einfach nicht gut. Cringe Shit. Komm, komm, komm. Werden? Dich.